Seid ihr auch schon mal auf windeln.de gelandet? Es war eine der ersten Seiten, die ich auf der Suche nach Windeln gefunden habe, kein Wunder, schließlich verrät ja schon die Domain windeln.de sehr klar, worum es auf dieser Seite gehen muss. Ein wenig enttäuscht war ich trotzdem, ich hatte eher mit Windeln für Erwachsene gerechnet, weil ich mir dachte, in so einem Shop wird man wohl alles an Windeln finden, was es gibt. Nach einigem Herumklicken war ich einerseits enttäuscht. Zwar gab es dort auch Windeln für Erwachsene, aber nicht viele, der Shop richtet sich ja hauptsächlich an Eltern und verkauft daher eher Kinderwindeln, Schnuller sowie andere Dinge, die sie benötigen. Auf der anderen Seite war die Auswahl an Kinderwindeln riesig. Es gab auch ein paar, die ich zu der Zeit noch gar nicht kannte, wie zum Beispiel die Dry Nights. Die waren zwar nicht für Erwachsene, aber immerhin in der größten Größe für Jugendliche bis 15 Jahre gedacht und wecken mein Interesse, weil die sicherlich größer sein mussten, als die Pampers, die ich damals als einzige Windeln kannte. Mittlerweile ist das Geschichte, ich habe nicht nur die Dry Nights, sondern auch viele andere ABDL-Windeln in anderen Shops gekauft und ausprobiert, was ihr ja in den Videos auf meinem Kanal sehen könnt. Windeln.de hatte ich dadurch längst vergessen, obwohl es nur ein paar Jahre her ist. Nun gibt es jedoch schlechte Neuigkeiten, der Shop lief bis 2022 normal weiter, dort lief das Geschäft schlecht, sodass Maßnahmen zur Kosteneinsparung durchgeführt wurden. Die reichten jedoch nicht aus, daher musste das Unternehmen Insolvenz beantragen. Das Unternehmen war also Ende 2022 pleite und stand damit kurz vor dem Abgrund. Der Insolvenzverwalter sah nur dann eine Zukunft, wenn sich ein Investor findet, der Geld in Windeln.de steckt. Profitabel war es nämlich schon länger nicht. 2015 ging das Unternehmen an die Börse und wurde mit 500 Millionen Euro bewertet. Danach war die Wirtschaftlichkeit weniger gut, 2021 sank der Umsatz auf 52 Millionen Euro ab. Daher gab es wohl einen Investitionsstau, den das Unternehmen mit seinen geringen Mitteln nicht mehr lösen kann, sodass ein Geldgeber erst neu investieren müsste. Der fand sich aber nicht, daher wollte man alle Produkte, die noch auf Lager sind, abverkaufen und den Shop schließen, so zumindest der Plan Anfang 2023. Mittlerweile ist der Shop weiterhin online, im Impressum steht aber ein anderes Unternehmen aus der Schweiz. Windeln.de war ursprünglich ein deutsches Unternehmen aus München. Laut einer Ankündigung hat sich Monate später im Mai 2023 doch das besagte Unternehmen aus der Schweiz gefunden und Windeln.de übernommen. Mittlerweile sind drei Monate vergangen und der Shop ist zwar noch online, aber alle Produkte sind ausverkauft. Egal ob man bei Windeln oder anderen Dingen schaut, überall steht nur, derzeit nicht verfügbar. Wurde Windeln.de im letzten Augenblick also doch noch gerettet und wird zukünftig wieder Windeln, Schnuller und andere Produkte für Kinder verkaufen, wie es der alte Eigentümer Windeln es eh tat? Stellt der Shop sein Sortiment um, damit mehr Geld verdient werden kann und es nicht zu einer weiteren Pleite kommt? Oder hat sich der neue Eigentümer nur die Domain Windeln.de gesichert, mit der er ganz andere Pläne verfolgt, sodass der Shop geschlossen bleibt und daher nie wieder neue Produkte erhält? Zu den zukünftigen Plänen des neuen Eigentümers scheint es bisher keine öffentlichen Informationen zu geben. Die Erklärung sagt dazu nichts und für 2023 gibt es keine Pressemitteilungen. Die letzten Einträge stammen von Ende 2022 über das Insolvenzverfahren. Derzeit sieht es nicht gut für Windeln.de aus, der Shop könnte bald nur noch eine Erinnerung bleiben. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass ein Webshop für Windeln schließen muss. Die anderen, in denen ich einkaufe, gibt es seit ich denken kann. Kantet ihr Windeln.de und habt dort vielleicht sogar eingekauft? Auch wenn nicht, wollte ich euch darüber informieren, weil ich es schade finde, wenn ein Windelshop wahrscheinlich schließt.